Hallo Leute, bei Tonis Gitarrentipps heute Slash Lick. Ja Leute, hallo und herzlich willkommen hier bei Tonis Gitarrentipps. Heute gibt es ein Slash Lick, ein ganz cooles und wie man das spielt, das zeige ich euch jetzt mal. Ja, also erst mal Zeigefinger im zwölften Bund, Aufschlag auf dem hohen E im zwölften Bund, dann Abschlag mit dem kleinen Finger auf dem D im fünfzehnten Bund, B-Saite. Wieder Zeigefinger, zwölfter Bund auf dem B, B-Saite. Dann kommt das Bending mit dem kleinen Finger, wenn ihr die anderen Finger mit Auflegen auf der Seite, das Bending direkt dann aufs E gebendet. Ja, ich mach's nochmal langsam vor. Aufschlag, Zeigefinger, Abschlag, kleiner Finger, Aufschlag, Zeigefinger, Abschlag beim Bending. Und dann das Ganze ein bisschen auf Geschwindigkeit bringen. Ja. Die zweite Variante, die wir dazu nehmen. Wieder Aufschlag, Zeigefinger, Abschlag, kleiner Finger, Aufschlag, jetzt Ringfinger gebindet vom A aus. Und dann im Wechsel. Da. 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 Ja Leute, das war's von Tonis Gitarrentipps, heute Slashlik und wenn euch das gefallen habt, gebt mir einen Daumen hoch oder abonniert meinen Kanal. Weiteres folgt, euer Toni, ciao!